Ein Lkw-Fahrer ist auf der A7 bei Bad Hersfeld in einen Sekundenschlaf gefallen und hat am frühen Freitagmorgen eine Vollsperrung in Richtung Kassel verursacht. Der 59-Jährige war mit seinem Laster erst gegen die rechte Leitplanke und anschließend nach links in die Betonwand geprallt. Die auf 30 Metern herausgerissene Leitplanke versperrte daraufhin zwei Spuren, der Lkw blockierte den dritten Fahrstreifen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Wegen der Bergungsarbeiten mussten alle drei Fahrspuren in Richtung Kassel zunächst gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 75.000 Euro geschätzt.